Und der fightet jetzt mit dem Auto. Ich meine, Freddy, du willst es besser noch beurteilen. Na, der ist aber eine ganz gefährliche Situation da. Das ist Taniguchi. Taniguchi, der steht aber auch da an der Stelle. Da parkt man aber nicht so ein. Ich wunderte mich schon, dass es da staubte vor Takini. Und der liegt ja in Führung, ja. Damit hat jetzt aber O-Young wieder richtig aufgeschlossen. Ganz heiße Szene. So, nochmal die Wiederholung. Hier kommt Taniguchi, verliert das Auto. Aber weit rausgegangen, ja. Und jetzt der Gegenpendler. Na, schlägt er an. Ja, leicht. Das ist die Ecke. Oh, jetzt hat er versucht zu drehen. Wunderbar beim Versuch zu drehen. Ganz gefährlich.